In der nächsten Folge von Space Engineers, ähm, wir haben aufgrund der vielen Aggressoren ja momentan so ein bisschen, ähm, umdisponiert hier, ne, wir sind jetzt so ein bisschen dabei, ähm, uns hier von diversen Waffensystemen vereinnahmen zu lassen, wir haben hier zwei Point Defenses, wir haben zwei Gatling Geschütze, äh, Schilde sind wir gerade dabei, die ein bisschen zu erwarten. Und allgemein sind wir so ein bisschen auf dem Kurs, dass wir hier gerne ein bisschen aufrüsten wollen. Guck, hier haben wir eine Produktion, 100 und was hätte ich noch ganz gern? Computer. Dann können wir zumindest hier die Fenstersachen einmal fertig machen. Hm. Das wird unser Kommandozentrum, von hier aus werden wir unsere Schlachten schlagen, sage ich immer so schön. Hier werden wir vielleicht einmal so längs gehen, dass wir hier unser, unser Landepad aufbauen können. Landepad wäre auch sehr geil. Das doof ist, wir haben weder die Möglichkeit für Energiewaffen noch, äh, irgendwie würde es viel Sinn machen, da großartig reinzuballern. Pass auf, äh, wir trinken jetzt erstmal einen Schluck Inventar, wir schauen mal, haben wir hier noch Kaffee, Water, Warte, haben wir die weiter? Und wir gehen mal in Richtung, da drüben schauen wieder. Vielleicht gehen wir noch ein paar Ressourcen da rausgesnackt, die wir für uns selbst gebrauchen können. Das wird gut. Äh. Ja, sorry, hab grad Nachricht bekommen, war gut, hat Spaß gemacht, gute, gute Nachricht, gefällt mir. Grüße gehen raus an, äh, Tina und Philipp. Und Tines Papa. Und an Tines Mutti. Und an meine Mutti. Und an meinen Bruder. Und ich möchte alle, äh, grüßen, die immer an mich geglaubt haben. Äh. Gott. Das müsste ich eigentlich rausschneiden. Wenn ich nicht so ein schneidefauler Sack wäre. Ah. So, weiter geht's. Aus Spaß an der Freude. Die da rauben wir noch aus. Nehmen noch alles mit, was geht. Und... Ich hoffe ja, dass wir vielleicht noch einen Sauerstoffreaktor hinkriegen, der so eine Sauerstoffverbrennung vornimmt. Was möchte ich hier noch mitnehmen? Davon definitiv noch, davon. Vom Rest kriege ich gerade nichts mehr mit. Ach, verdammt. Gut. Wir sollten wirklich überlegen, ob wir uns den, den Frachter bauen. Es braucht auch kein großer, es kann auch ein kleiner Frachter sein. Ähm. Kleiner Frachter, links und rechts, äh, zwei Ladebuchten. Was weiß ich, ähm, Laserabwehrsysteme. Ähm. Kleine Schilde. Fernsteuerung. Dann können wir einfach schneller zu unseren Zielen. Andockbucht. Sowas wäre ganz geil. Würde ich sehr feiern. Denn damit können wir zum einen, äh, angreifen, verteidigen und Sachen sammeln. Das fände ich supi. Welt-Let's-Play gespeichert. Das ist schön. Das freut mich. Wirklich aufrichtig, doch. Ist schön. So, hier nochmal. Zack, das kann da oben rein. Wir haben eigentlich fast schon von allem genug. Nur halt gerade nicht so viel Wasserstoff ballert auch gerade durch. Und das hat quasi unser Hilfsreaktor. Auf der anderen Seite würde ich gerne mal versuchen, was hier? Geh. Reaktor. Geh an den kleinen hier. So. Weil der Reaktor würde uns ein bisschen was ersparen. Produktion. So, nehmen wir den hier. Den und den. Vielleicht noch mit dazu. Und den hier und den da und ganz viel anderen Kram. Was brauchen wir da jetzt noch? Ach so. Ach so. Ja, 100 Reaktorkomponenten. Na klar, die habe ich gerade vergessen. Und Superleiter. Superleiter und Reaktor. Schilde sollten eigentlich mittlerweile ganz gut halten. Wir gucken mal, wenn ich jetzt hier drauf ballere. Ja. Zumindest einen leichten Schutz haben wir hier. Dann kommen noch die Computer mit dazu. Produktion. Dein Computer. Da. Habe ich hier noch irgendwas am Laufen? Hier machen wir einfach mal aus. Dann gucken wir uns das hier nochmal an. Schön, schön. Genau. Der wird jetzt ein bisschen geupgradet. Ähm. Habe ich hier irgendwo... Ne, ich dachte ich hätte irgendwo noch... ...die anderen. Hm. Schwierig gerade. Sehr, sehr schwierig. Hier einmal nochmal kurz auffüllen. Wie viel Eis haben wir hier noch? Wasserstoff. Okay. Haben wir hier irgendwo den Wasserstoffreaktor, Generator, Raffinerie? Small Grid Generator. Hm. Dachte ich mir. Draußen schneit es schon wieder. Was fehlt uns hier? Hier fehlt uns Panzerglas. Okay. Dann können wir gleich im Anschluss auch nochmal ein bisschen Panzerglas machen. Denn davon werden wir im Allgemeinen noch ein paar mehr brauchen. Guck doch mal. 30 noch und wir haben den Reaktor schon mal angeschlossen. Und ich denke, ich möchte hier... ...gehe... ...ein kleiner Wasserstofftank. Kriege ich den hier noch irgendwie mit rein? Brauche ich Stahlplatte für. Ja, dann mobs ich mir doch mal hier was weg. So, dann haben wir das schon mal ziemlich ausgefüllt, das Ganze da. Und was wir noch brauchen... ...grad so in der Produktion... ...Montageanlage haben wir eigentlich von allem noch recht viel. Sieben Reaktorkomponenten bräuchten wir noch. Das ist schade. Schottern. Uns fehlt Schotter. Ist das euer verdammter Ernst? Ist ja wohl nicht ihr Ernst hier. Jetzt brauche ich hier Schotter. Das ist ja... ...unglaublich. Hier passieren Dinge. Warum brauche ich denn für Reaktorkomponenten Schotter? Da fällt mir ein Bedienfeld... ...Raffinerie. Die große machen wir aus. Die kleine machen wir an. Und dann sollte sich das hier auch bald bessern. Jawohl. So, jetzt brauche ich ein Ventil. Die habe ich auch nachträglich per Mod eingefügt. Da also nicht wundern, wenn es die nicht standardmäßig gibt. Aber ich fand sie einfach von der Machart her sehr geil. So, jetzt können wir hieran bitte arbeiten. Und wenn das Ding drin ist, dann haben wir auch genug Energie für alles. Das passt, das passt. So, Produktion. Zack. Die hier... Die hier... Das kann raus. Ähm... Ansonsten brauchen wir davon nochmal ein paar. Und wir brauchen... ...davor nochmal ein paar. Und wir brauchen... ...dörfer nochmal ein paar. Und dann kann es hier richtig losgehen. Sekunde. Haben wir genug Energie dafür? Für die Montageanlage? Oder... Warum ist die so schrecklich langsam? Also, es scheint hier auch sehr kalt zu sein. Das ist nicht so gut. Eher schwierig. Ich überlege noch, ob ich den Rest von der Basis nebenan hole. Oder ob ich... Aber nachher fielen mir die Ressourcen. Das wäre ja auch sehr ärgerlich. Hier fehlt uns Stahl und ein kleines Rohr. Produktion. Die Wände sind nach vorne geschoben. Na los, komm hier. Attacke. Nehmt euch mal alle ein bisschen zusammen hier. Dann kriegen wir das schon hin. Die machen wir hier wieder weg. Die haben mich sowieso nur gestört. In meinem ganzen Dasein. Zack. Druck ablassen. So, Druck ablassen. Und der Reaktor läuft. Und wir sollten jetzt mehr Strom produzieren, als wir brauchen. Das wäre so der Idealfall. Des Weiteren werden wir uns das hier mal ein bisschen erweitern. Hier kommt nämlich unsere Produktion rein. Habe ich gerade eben beschlossen. So. So. Zack. Und zack. So. Und so. Hier drüben kommt dann unsere zweite Basis rein. Das Hydroponische Labor. Das werden wir... Achso, das hinten ist ein Planet. Ich werde schon ganz paranoid hier. So. Produktion. Inventar. So, 36 habe ich noch zur Verfügung. Da kann ich ein bisschen was mit anstellen. 6. 1, 2, 3. 4, 5. Zack. Wobei, pass mal auf, wir machen einfach 1, 2, 3, 4, 5. Bam. Zeitgefüge hat sich gerade geändert. Dann setzen wir die einfach hier lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Naja, fast. Hier hinten kommt dann unsere Landebasis hin. Auch das wird sehr cool. Inventar. Montageanlage. Wo ist er? Hier. Sehr angenehm. Machen wir nochmal 36. Die Basis wird langsam. Hier hinten kommt dann die... Die Betten und so hin. Vielleicht Batterien noch. Eventuell könnten wir da auch Schilde oder so reinsetzen. Ich weiß es noch nicht genau. Irgendwas Cooles machen wir da. Zack. Der kann weg. Ja, die 6. Zack. Zack. Und zack. Dann können wir hier vielleicht auch später die Orb-Verteidigungssysteme aufbauen. Das fände ich sehr supi. Und hier setzen wir dann unsere Transporter-Landeplattform hin. Einmal auf die ganze Fläche verteilt. Das wird voll gut, denke ich. Äh. Ich überlege gerade. Aber das wird, glaube ich, nicht. Ob wir jetzt nochmal schnell losfliegen und uns von den anderen nochmal ein paar Ressourcen holen. Einfach so weg, die Witzen. Ich denke, das machen wir jetzt einfach mal. Einfach mal machen. Nicht immer nur weinen. Nicht immer nur weinen. Nein, nein. Man muss auch mal was machen. Das wird supi, denke ich. Ich bin begeistert. Also der Start, der läuft doch recht gut. Normalerweise werde ich um die Uhrzeit schon mal angegriffen und fertig gemacht. Und ich habe ein bisschen Angst, dass das jetzt hier wieder passiert. Ich habe da so ein kleines Trauma davon getragen. Aber wenn wir jetzt noch den Transporter richtig gebastelt bekommen, dann bin ich so froh. So unglaublich froh. Apophis Technologies haben wir auch noch. Military Parts Depot wäre auch ein Blick wert, ja. Vielleicht kriegen wir ein kleines Sternflottenschiff hin. Das wäre ja auch mal sehr cool. Gucken wir hier mal kurz rein. Was haben wir da noch drinnen? Davon noch ein bisschen. Davon noch ein bisschen. Davon. Davon definitiv. Wirklich, wir brauchen diese... Dieses Schiff brauchen wir. Wir brauchen dieses Schiff. Und seine Crew. Nicht wundern, ich trinke dem bei immer noch ein bisschen Kaffee. Feiertage, da hänge ich immer ein bisschen durch. Ach ja. So, wir haben die Basis. Den hier würde ich mir noch angucken. Hier das unbekannte Signal. Gleich nachdem ich alles abgegeben habe. Also zumindest scheinen wir energie-technisch einigermaßen voranzukommen. Wir sind zumindest nicht völlig verloren. Hier Platin haben wir immer noch genug. Goldwaren haben wir noch genug. Silberwaren, Kobaltwaren, Silizium. Eisen wird langsam ein bisschen eng. Da würde ich mir persönlich gerne mehr wünschen. Aber wir sind ja hier nicht bei Wünsch dir was, ne? Oder wie heißt es so schön? Genau. So, dann müssten wir natürlich hier eine Leitung durchlegen. Die Leitung müsste dann natürlich hier auch zum Verbinder gereichen. Und auch hier hinten. Denn hier kommt unser Bohrschiff hin. Was später noch kommt. Aber da würde ich trotzdem gerne schon ein bisschen Platz für einplanen. Und ich hätte auch gerne, dass das Frachtschiff vielleicht nicht ganz so winzig wird. Haben wir hier irgendwie einen Zaun oder so? Nicht so rum, sondern so rum? Ähm, okay. Wie mache ich jetzt am besten eine Absperrung, dass da die blöden Wölfe nicht durchkommen? Schwierig. Alles sehr, sehr schwierig hier heute. Aber auch nur heute. Sonst ist es immer kinderleicht. Ja, ja, doch. Hm. Ich würde sagen, wir bauen erst mal die Hydroponik zu Ende. Damit wir uns hier ein bisschen Essen anlachen können. Dafür brauchen wir aber mehr Montageanlagen. beziehungsweise müsste unsere mal wirklich sehr effizient laufen und wir müssten hier mal den hier auf Vordermann bringen. In der Zeit trinken wir mal noch einen Schluck und essen eine Emergency-Ration. Brauche ich gar nicht. Warum nicht? Ich habe doch Hunger. Was soll das? Zack. Chips haben wir gegessen. Jetzt sind wir nicht mehr ganz so hungrig. Möchte ich zu den anderen rüber. Ähm, ich sage, ja. Wir gucken uns mal Apophis Technologies an. was es da zu kriegen gibt. Und jetzt ist der Weg ist etwas weiter. Aber wir brauchen zumindest Eisen. Also wenigstens brauchen wir ein bisschen mehr Eisen für unser Frachtschiff. Es ist so dieses Was brauchen wir mehr? Den Transporter oder die Ressourcen dafür? Wir brauchen den Transporter für die Ressourcen für die Schiffe. Das ist ganz weird, ist das. Aber ich nehme mal an, dass wir ihn alleine ohne Schiff nicht lange überleben werden. Wir werden auch definitiv ein, äh, Bohrschiff brauchen. Was sowohl in der Atmosphäre als auch hier unten, äh, oben im Weltraum ich bin aber ein bisschen verwirrt, äh, agieren kann. Und nach Möglichkeit sollte dieses Transportschiff auch einigermaßen Ladekapazitäten haben. Ich möchte aber auch die Truppen hier nicht unbedingt angreifen, weil unsere Schilde sind auch relativ schwach und unsere Waffen jetzt nicht unbedingt die besten. Weshalb oh, guck mal hier, das ist, das gefällt mir. Da möchte ich rein. Na, das sollte uns ein bisschen zurückhalten werden. Hier ist ein Baum drin, wird immer verrückter. Einmal Licht anmachen, bitte, danke. Zack. Willhaben. Willhaben. Okay. Ladies and Gentlemen, ich glaube, ich habe, äh, mein Traum. Mein Traum wird wahr. Da ist alles drin, was wir für den Bau eines Schiffs brauchen. Und um es zu transportieren, brauchen wir ein Schiff. Ist das nicht Ironie? Ich würde es als wirklich pure Ironie bezeichnen. Okay, wir werden uns wahrscheinlich gleich, wenn wir die ersten paar Teile zurecht gefriemelt haben, einen kleinen Transporter bauen. Und mit diesem Transporter werden wir dann so nach und nach für Recht und Ordnung sorgen. Wie viel habe ich jetzt? Wie viel? 350. Das ist saumäßig gut. Das ist schon verboten gut. Genau, wir machen jetzt Plan B. Die Technologien, die sind nämlich so unglaublich gut, dass ich denke, dass wir einen großen Transporter bauen könnten. Also jetzt nicht im Sinne von großes Gride, sondern, ähm, im Sinne von große Ladekapazitäten. Aber wir brauchen wirklich langsam mehr hiervon. Und das aus vielen Gründen. So. Ich würde erst mal ein Fahrwerk. Wir brauchen auf jeden Fall ein Fahrwerk. Das ist richtig. Wir brauchen Impuls. Dann nehmen wir uns den roten hier. Einen Reaktor. Dann nehmen wir uns den hier. zusammen mit einem kleinen davon. Ich brauche einen Container. Ich hoffe, den gibt es auch in klein. Natürlich nicht. Gut, dann machen wir Plan B. Container. Ähm. Container. Habe ich irgendwas kleines, was süßes, was niedliches so für zwischendrin? Kriege ich den auch im kleinen? Vier? Ja. Den nehmen wir. Ähm. Wir bauen jetzt erst mal fünf. Sechs. zack. Hier. Jetzt mit dem Licht können wir uns erst mal einsparen. Vier. Da brauche ich intern, intern für. und vier. Zack. Machen wir so. Und so. und so. Und so. Zack. So. Dann haben wir den Oxygen. Den, ähm. Genau, doch. Den, den nehmen wir. Der ist nicht ganz vorschriftsgemäß, möchte ich sagen. Aber das spielt jetzt erst mal keine Rolle. So. Verbinder. Förder. Ach, Quatsch. Dann nehmen wir hier den kleinen. So, Oxygen. Dann nehmen wir hier die kleinen dazu. So, dann haben wir hier einen Ohr Detektor. Der Ohr Detektor. dann den hier. Dann brauche ich eine Antenne. Hm. So, Antenne. Wir haben die fünf. Zack. Wir haben Pyroskope. Die werden wir noch brauchen. Die vier. Dann brauche ich eine Batterie. Eine kleine Batterie. Und was wir noch brauchen sind Schilder. Die sollten wir allerdings auch in klein hier oben hinsetzen. so viel dazu. Anschließend brauche ich das hier. Da hätte ich dann gern den hier. So. Das heißt, wir haben vorne erst mal alles drin, was wir brauchen. Und jetzt kommt der Impuls. Antrieb. Wobei, gar nicht. Hier oben fehlt noch der muss raus. die acht. Die acht. Und die acht kriegt noch ne neun mit drauf. Schön. Das heißt, wir kriegen hier gerade so ein bisschen die Grundformen des Schiffs hin. Dazu kommen die Reparaturteile hier. Und müssen wir noch ein paar interne bauen. Interne Komponenten. So. Ich würde gern Produktion zerlegen. Davon so 50. Das sollte uns erst mal ein bisschen was zur Verfügung geben. Das hier. Zack. Hier brauchen wir überall interne. Ich weiß, das ist schwierig. die hier kommen weg. Das hier auch. Aber es bietet A den Geschützen einfach ein bisschen mehr Platz und uns die Möglichkeit hier noch was fertig zu bauen. sieben. Sieben. Der kommt hier drauf. Der kommt hier drauf. Der kommt hier drauf. Der kommt hier hin. Der kommt dahin. So. Dann haben wir das hier. Zack. Zack. hier auch noch mal. Nett. Wirklich, wirklich nett. Ah, hier. Was fehlt uns hier noch? Batterien, Stahlrohr. Da oben Stahlrohr und Computer. Hier mal die Produktion rein. Ach Quatsch, nicht das, sondern montieren. zack. Die hier auch noch. Ein bisschen Eisen fehlt uns noch. Aber das ist erstmal okay. Wir haben ja schon echt eine Menge hingekriegt hier. Zack, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Das ist vielleicht doch ein bisschen arg viel. Vielleicht können wir später noch einen Hyperantrieb mit einbauen. Das wäre cool. So, dann würde ich gerne noch einen Verbinder reinklatschen. So. Sechs. Zack, 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 zack. Hier ein bisschen drumrum gebastelt, aber ein bisschen hübsch gemacht. Hier, da. Hier können wir später die Schilde mit reinsetzen. wenn wir die hinkriegen. Wobei, ich glaube, ich möchte erstmal nur das Basic Modell. so. Rampe. Den nehmen wir noch. Die werden hier auch noch mal schräg genommen. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Sieh mal einer an. Vier. Das gleiche machen wir hier natürlich auch noch mal. Wenn ich dafür genug Stahl hätte. Schwierig, 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 schwierig. Der hier kommt weg, der hier kommt weg. Der hier auch. Wir bauen erstmal ein sehr einfaches Modell. Ich möchte mich da auch nicht übernehmen am Anfang. Zack. Zack. So. Jetzt ist natürlich meine Frage. Wo waren wir dem Schiff hier? Geh. Wenn ich jetzt das Ding nehme, dann sind sie ja hier, ne? Ach, die sind oben. Ja, das ist natürlich schlecht, ne? Ähm. Geh. Wenn ich jetzt Cockpit eingebe. Ich habe ja noch ein paar andere. Da ist ja noch so einiges zur Auswahl. Auch so ein großer industrieller Frachtcontainer sieht auch ganz nett aus. Ähm. Was haben wir denn per Mod eingefügt? Die hier. Und die finde ich ja auch alle nicht ganz so schlecht. Enclosed Operator Cockpit. Open. Open klingt eigentlich gut. Dreimal drei Rover Cockpit. Ah, das sieht alles sehr schön aus. Okay, der würde es hier reinschaffen. Die acht. Die acht wäre auch prädestiniert. Ein hässlicher kleiner Container zu werden. Schön. Gut. Gut, gut. Gefällt mir. Zack. Dann haben wir noch hundert. Dann gehen wir auf zerlegen. Zerlegen darf er nochmal ein paar. Dieses Schiff muss am Ende fliegen. Deswegen guckt man nochmal nach Impulstriebwerken. Da brauche ich Stahlrohr für. Es wird immer schlimmer. Ich sag's euch. Davon nehmen wir noch ein paar mit. Dann muss ich hier mal. Zack. Basic Assembler. Die hier und die hier und die hier. haben wir sonst noch irgendwo. Bleibt gerade nicht. Dann muss das hier erstmal ausreichen. 6. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7. 8. 9. Das ist interessant. Wirklich interessant. 1. 2. Ich hab nicht genug Rohre. Warum hab ich nicht genug Rohre? Das hier wird abgebaut. Und das hier und das hier. Das muss alles weg. Was ich jetzt brauche sind... Die hier. Inventar. Zack, 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 zack. 15. 15 sollte ich hinkriegen. Müssen wir hier drüben noch welche anbringen? 6 war das, ne? 1, 2. Zack. Zack, zack, zack. So, dann haben wir noch die Impulse. Und zwar die schrägen. Und ich meine nicht schräg im Sinne von... Oh, sind die weird? Sondern schräg im Sinne von... Oh, guck mal, die sind aber schräg. 6. Dann machen wir... 2 hier. 2 da. Was? Was? Okay. Ich fühle mich gleich viel sicherer. Ich brauche immer noch... Ich brauche immer noch... Stahlrohr. Bitte produziert welches. Ich werde wohl irgendwo noch Eisen haben, oder? Wisst ihr, wie viel Eisen ich vorhin noch hatte? Aber ich habe schon wieder eine Stunde aufgenommen. Ich hält. Ich denke... Wir machen erst mal Feierabend. In der nächsten Folge schauen wir uns an, wie wir dieses Schiff irgendwie zum Fliegen kriegen. Dieses etwas hässliche Schiff. Und... Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs Mitmachen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.